Bist du mit der Zeit emotional distanzierter geworden? Ich bin nicht emotional distanzierter geworden. Ich habe nur bessere Wege für mich gefunden, damit umzugehen. Wie nah sind die gängigen Arztserien an der Realität? Gängige Arztserien an der Realität sind zwei Dinge. Da ist ganz oft Verbesserungspotenzial. Was ist der häufigste Fehler, der in Arztserien immer gemacht wird? Das Defibrillieren einer Asystolie, also einer Nulllinie. Falsch, falsch, falsch.